Das ist ein Wohlenkopenhagen, mein Appetit ist ein Kopenhagen-Markt-Vakerspace. Das ist so ein bisschen von den Sachen, die mir gesagt haben. Und wie finanzieren Sie das in der Normalität? Mit den Gewissen? Und das ist für... Das bringt sich an denen an. Für die Zuhörmung von 1 ist ganz offen. Ganz offen. Sehr offen. Ja, ja. Schöne Idee, ja. Wenn wir sagen, was wir haben, ist die Leute, die reinkommen, die müssen erst einbauen. Die müssen ihren Namen eintragen können auf der Webseite. Ja, das muss ich sagen. Dann haben wir auch... Der Mitgliedbeitrag muss natürlich punktlich jeden Monat bezahlt werden und der ist Null. Und wenn man offen kommt und sagt, Deine Ginglinge im Zentrum-Sohlenkampen. Aber das ist schon so,